Jo Leute was geht ab herzlich willkommen zur 12 folge von der zweiten staffel des clever bots ihr seht schon der verlauf so ein bisschen von der elfen folge noch denn er hat mich so fertig gemacht in der letzten folge dass ich mir einfach denke so nein heute werde ich einfach mal ein paar fragen stellen heute wenn ich mir einfach mal ein paar fragen ausdenken die ich ihm stelle einfach mal ab und zu und wir fangen an mit der ersten Frage und zwar noch mal welche Farbe die welche Farbe Frage das reint sich aber egal welche Farbe Farbe hat mein mein Handy einfach mal so ein paar Fragen welche Farbe hat mein Handy du hast kein Handy du bist ein eine Web mental breakdown 2.0.exe ähm ja natürlich ich bin eine Webseite nein bin ich nicht egal warte ich schreibe ich schreibe jetzt noch wer ist dein Lieblings YouTuber das würde mich jetzt mal interessieren ich habe kein okay okay empfindest du was für mich nein jetzt geht das schon wieder los ich bin aber hübsch ich bin aber hübsch kann ich nicht kann ich nicht bezeugen nicht die 2 gehen das kannst du was das kannst du denn ach so wahrscheinlich was kannst du denn ich habe ich habe ich habe jetzt schon kein Bock mehr ne ich habe jetzt schon einfach kein Bock mehr Leute ich muss ganz kurz was machen ich bin gleich wieder da so ich glaube jetzt passt es wieder ein bisschen besser ich muss ganz kurz das Mikrofon an uns hinstellen und da das dann zu laut wird habe ich das kurz gestoppt oh ich bin auch ein Mann wieso soll ich ein kleid anziehen ich habe ich habe nie gesagt ich habe nie gesagt dass du ein kleid anziehen sollten aber okay wenn du willst mach 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 das habe ich nie bauch halt einfach dein maul bitte bitte es ist ein und es ist 20 vor 9 abends nein ich habe ich habe echt kein bock ich habe jetzt schon kein bock mehr und ich nehme drei minuten auf ja gut drei vier minuten so in dem dreh aber trotzdem es kann den noch vor ich frage es einfach mal wie ist bei mir bei mir so 20 40 Jo ja wie genau ich glaube trotzdem nicht 3 mal was was das ich habe gesagt dass ich ein alien bin aber passt oder passt warum ist jetzt caps lockern ich habe nie gesagt dass sie ein alien bin aber passt oder ich auch ja nieder ich frage jetzt mal den clever bot was kann was kann ich den besten fragen das problem ist kann ich nicht fragen oder das wäre uns erst im nächsten video drin das wäre das problem an der ganzen sache was uns hätte ich jetzt so was gefahren wie weit ist sie oder was ist die nächste shop oder wie weit ist hamburg von bremen entfernt so was zum beispiel die 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 heißt die hauptstadt von deutschland 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 nein das ist beliebt warum das nein bro ich bin schlau ist ich glaube ja eigentlich bremen neben hamburg direkt fast um die echte deswegen sage ich jetzt einfach mal welche ab welcher denn die welches und das land liebt neben hamburg ich kann mich ja auch täuschen es ist hessen wartet da schaue ich jetzt noch weiters gucke ich jetzt kurz nach warte mal ich gehe mal kurz in märz ich schaue jetzt nach ob hamburg oder ob hessen wirklich neben hamburg liegt warte mal also was habe ich gefragt welches bundesland neben hamburg hessen warte ich schaue jetzt hier warte wo ist wo ist da hamburg ist hier ich schaue jetzt das nächste bundesland wäre lübeck oder neumünster und bremen deswegen sage ich jetzt einfach mal das falsch falsch richtig wäre richtig falsch hä 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 ha man dicker jede folge ich warte ich dich aber nicht man was ich dachte wir nein stopp abruf Leute wenn euch das Video gefallen lasst doch sehr sehr gerne mal einen Daumen nach oben und klickt unbedingt auf den abonnieren button und aktiviert die Glocke, um nichts von sowas mehr zu verpassen. Das ist übrigens hier die 12. Folge. Zwei Folgen folgen noch. Danach ist die zweite Staffel offiziell zu Ende und danach geht die dritte Staffel los. Ich schätze mal, die dritte Staffel geht nach Release der zweiten Staffel, nach der zweiten Staffel-Playlist weiß ich nicht, ein, zwei Wochen später los. Aber ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann die dritte Staffel losgeht. Ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi. Musik 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 Vielen Dank.